Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich hatte den Badeanzug in Größe 152 bestellt, ihn jedoch in Größe 164 erhalten, dadurch ist er zu groß. Leider hatte ich die falsche Größe erst nach dem ersten Waschen festgestellt, ansonsten ist der Badeanzug wie erwartet sehr gut und auch die Größe 164 fällt wie erwartet aus. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.